So, ich spiel jetzt mal Blood Dragon, Eventbestand sehr darauf, Extremstbestand darauf zu spielen, also Zeit, Kennst du das Meme Teil 2 zu spielen, auch wenn ja, wer Version 1.0 steht, äh, ich hab mir doch gar nicht getestet, ich versuch's einfach mal so, mittel. Ja, mein Name ist Tony, ich bin in der Wohnung. Fastest fuck, boi, 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 boi. Ich bin so gut wie perfekt, oder? Alle Männer wollen wie ich sein. Und du stehst auf Männern. Die Musik auch schon direkt. Oh, den Teil kenn ich ja noch. Oh, ich hab's schon mal bei älteren Display gesehen. Lunatic? Zeigen wir denen, wie Cyberkommandos das macht. Wirklich? Lade Grundausbildungsprogramm 101 aus, Militärnavigation für Dummies. Automatisches Waffenholstern, vielleicht das Vorgehen. Na, es löst Marke noch. Gut, 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 gut. Stören diese Tutorials ihre Verstörung gut? Da, Würfel, Verkauf Ich verkack im Tutorial Ich fang von hier wieder an Es ist Zeit zu stoppen! Es ist Zeit zu stoppen, okay? Nein! Nein! Okay... Ich weiß was ich wollte... Aber geil! Die Shotgun ist einfach eine Shotgun, bei anderen Waffen irgendwie Hochtechnologie. Los go! WTF? T-Tesco ist trotzdem noch schwerer. Muss das sein? Pff! Nein, nein, nein! Ach, hier! Fuck off! F- Fuck off! Das äh... War nicht so ganz das, was ich jetzt wollte. Ich versuch mal mit Sprengen. AHHHHH! Ach, ich merk das jetzt, dass man... Klappgeräusche hört... ...vom Rotter. Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... ... das mal alle finden... Bush-Sniper! Wirklich... du bist sicher verkauf scheiße du verkauf gehst du kräften oder so 10 Millionen um ihn zusammen zu flicken und ich mach so einen Scheiß ja 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 ja